Hallo und viele Grüße vom Functional Training Summit 2015 in München. Mein Name ist Tanja Bossmann und ich bin Redakteurin bei der PT Zeitschrift für Physiotherapeuten. Auch dieses Jahr sind hier in München natürlich wieder viele bekannte Trainingsprofis aus aller Welt. Unter ihnen die Physiotherapeuten Oliver Schmidlein und Matthias Keller. Oliver Schmidlein ist Inhaber der Praxis OS Physio und Experte für Functional Training. Matthias Keller ist Spezialist für aktive Trainingstherapie und arbeitet bei OS Physio. Die beiden leiten zusammen das OS Institut. Oliver und Matthias werden gleich in ihrem Vortrag einen Algorithmus zur Trainingssteuerung nach Verletzungen vorstellen. Und danach gibt es noch einen Praxisworkshop. Und da schauen wir jetzt mal rein. Matthias Keller, Eberhard Kurz, haben recherchiert. Haben recherchiert, was gibt es schon für Systeme. Zunächst einmal ging es darum, die Patienten zu unterscheiden, die Verletzten zu unterscheiden in Aktivitätslevels. Das heißt, ich habe einen Patienten, ich ordne ihm ein Level zu und das ist mein Ziel. Wo will ich denjenigen hinbringen? Das ist diese Level-Einteilung, von der ich gesprochen habe. Das heißt, nochmal Level 1, einfach nur gehen und Treppen steigen. Level 2, Frontop, das sind dynamische Bewegungen in der Sagittalebene. Dazu gehört Joggen, alle läuferischen Dinge, die wirklich nur in dieser Ebene stattfinden. Das ist dann schon mit seitlichen Bewegungen in der Frontalebene. Und das wäre dreidimensional. Oliver, Nachbehandlungsschemata richten sich ja oftmals immer noch nach zeitlichen Vorgaben. Warum ist das denn deiner Ansicht nach nicht sinnvoll? Die Protokolle der Ärzte sind nächstens eine grobe Richtungsgebung für die Therapeuten. Das ist nicht sinnvoll, weil die Zeitangaben oft nicht zutreffen. Denn die Patienten gehen ja oft mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in die Verletzung. Und deswegen müssen logischerweise auch die Rehabilitationszeiten nach anderen Kriterien ablaufen. Was sind deine praktischen Empfehlungen für Kollegen, die Athleten auf ihrem Weg zurück in den Sport betreuen? Bei Sportlern ist es absolut sinnvoll, zwischen Ziele zu stecken. Das hilft, wenn man einem Sportler sagt, was das nächste Ziel ist. Nicht vielleicht unbedingt der Wettkampf oder der Wettbewerb, sondern möglicherweise wieder auf zwei Füßen stehen zu können oder vielleicht die ersten Schritte machen zu können oder vielleicht laufen zu können. Denn dann lassen sich die Reha-Zeiten in kürzere Abschnitte einteilen. Und das sorgt für Motivation und bessere Stimmung. Matthias, aktuell seid ihr ja dabei, eine App zum Algorithmus zu entwickeln. Wie sieht die denn genau aus? Wir befinden uns gerade in der Testphase. Und es wird so aussehen, dass wir über diese App eben den Zugang dazu bekommen, diesen Algorithmus einzugeben. Das heißt, der Therapeut hat die Möglichkeit, beim Test die Werte gleich live in diese App einzutragen. Und es wird dann so aussehen, dass der Patient und auch der Therapeut sofort nach dem Test eine Auswertung bekommen. Das heißt, die können sie ausdrucken und können dann über den gesamten Verlauf der Reha die Werte, die Messwerte vergleichen, sodass es am Ende ein vollständiges Protokoll ergibt, welches man unter anderem auch dem Arzt zuschicken kann. Lassen sich daraus denn auch Trainingsempfehlungen ableiten? Genau das ist das Ziel der App. Also was wir damit wollen, ist, dass es nicht nur ein Testprotokoll gibt, sondern dass man anhand der Testergebnisse auch die Trainingssteuerung gestalten kann. Heißt, dass man kann hergehen und kann anhand der Testübungen auswählen, die richtige Dosierung auswählen. Und optimalerweise hilft das Programm dabei, diese Entscheidung auch zu treffen. Und kann man die App denn jetzt schon benutzen? Also die App befindet sich gerade in der Testphase. Man kann sich auf unserer Website www.return-to-activity.de kann man sich anmelden. Und wir werden in den nächsten Wochen mit so einem Probelauf beginnen und dann auch Leute einladen, dass sie uns dabei unterstützen oder helfen, einfach diese Test-App auch auszuprobieren. Ja, das war ein spannender Tag hier heute. Oliver und Matthias haben uns vor allem gezeigt, wie wichtig die aktiven Assessments in der Trainingssteuerung im Sport sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Tanja. 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 Eure Tanja.